Hau ab! Und du hast es bis in die Basis geschafft? Ja, ich, das Gebäude wird angegriffen. Wart ist los? Ich glaube, es hackt ein bisschen, ja? Gott, jetzt habe ich keine Verteidigung mehr. Tankkiller! Tankkiller, habe ich gesagt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gott. Geht mal runter und baut weiter. Geht weg! Scheiße. Gott, scheißt doch die Wand an. Ob du bist mal Kanonen vor oder du musst vor jetzt. Greift diese scheiße Einheit an und wird mal ne... Oh, du wickst Kopf. Ich hasse diesen Feind so sehr, das gibt keine. Und welche Geschwindigkeit er die abschießen kann, das ist doch nicht mehr schön. Echt nicht mehr schön. Boah! Fantastisch! Ah! Produktion... Ah, was? Nein. Code der Stufe 1 geknackt. Rakete wird einsatzbereit gemacht. Commander, es muss noch weiter geforscht werden. Okay. Wen soll ich jetzt dafür töten? Gruppe 3, meldet. Wen? 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 Kchch! Okay. Ich brauch... Forschungslabore. Gruppe 1, meldet. Oh Gott. Noch weiter! Oh Gott, und das geht wieder so ewig schnell. Da kommt wahrscheinlich noch ne dritte... Ja... Was spür haben wir es denn? Geil. Richtig, richtig, geil. Geil. Ich weiß nicht mehr, was ich mach soll. Die Basis ist oben wieder völlig zerhacken. Zerhackstücken. Das ist... Produktion abgeschlossen. Ob du bist Kanonenfutter? Fahr da mal weg. Fahr mal da rauf, Kanonenfutter. Fahr da rüber, komm. Pff. Oh Gott. Wie lange dauert denn die Forschung? Die geht schon so super schnell. Produktion abgeschlossen. Geil. Einfach nur geil. Konstruktion abgeschlossen. Wir bauen mal noch ein Forschungslabor. Wir bauen da unten mal so komplett Basis nochmal auf. Das hat auch eh keinen Sinn sonst. Angriff durch Lasersatelliten. Ja, ja. Was auch immer. Oh, hör auf zu nerf ich zu blinken. Es geht mir auf den Sack. Konstruktion abgeschlossen. Was greift denn jetzt mit den Lasersatelliten an? Oh Gott, die Basis werden sie auch gleich völlig ausradieren. Oh, geil. Moment, ich hab eben gespeichert. Ja, kann ich jetzt einfach? Nein, du sollst jetzt da anfangen wieder. Ja, es geht dann da oder man ist schon wieder. Gut, dann kann ich da irgendwas anderes erforschen. Hm. Ich muss sofort hier so Tankkiller bauen. Tankkiller? Tankkiller. Tankkiller hab ich gesagt. Energieressourcen. Also, so technisch hier welche. Und, äh, hier welche. Oh Gott. Sieht doch stylisch aus, meine Verteilung. Nein, geh weg. Oh Gott. Und da greift man gleich mit Lasersatelliten an. Oh Gott. Die Basis kann ich vergessen. Warte wieder runter. Sammelt euch hier. Das hat doch keinen Sinn mehr. Die Basis kann ich vergessen. Die ist Schrott. Hey, Moment. Ich hab doch noch ein Baufahrzeug. Baufahrzeug. Wieso sag ich ständig Baufahrzeug? Und wenn ich jetzt... Nein, das wollen wir nicht. Also oben ist vermutlich alles tot jetzt. Angriff durch Lasersatelliten. Konstruktion abgeschlossen. Ich hab jetzt wegen Breyer gebaut, die Verteiligung. Das hat doch sonst keinen Sinn mehr. Hey, kann ich da hinten bauen? Komm, ist das vorher schon? So. Da, das ist mir jetzt scheißegal, was er sagt. Konstruktion abgeschlossen. Was baut ihr so? Ihr baut... Angriff durch Lasersatelliten. Energie Ressource. Meine Energie geht so nahe. Gut, dass ich so viel hatte. Komm, steht halt nett rum und schaut zu, wie das Gebäude angegriffen wird. Sie schauen halt... What is neutralisiert? Oh, fickt ihr euch. Ich dachte, ich bin langsam mal immun gegen den Scheiß. So kann man sich täuschen. Angriff durch Lasersatelliten. Wo denn? Nach da oben. Wer zeigt jetzt Stück für Stück die Basis da? Oh nein. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Kommen rein. Meldet. Naja gut, ihr baut noch. Ihr baut noch. Kommen rein. Meldet. Okay, ich hab ne große Armee. Ich hab welche, die bauen. Lage ist unter Kontrolle. Oh Gott. Ich fragt sie nur noch, wie lange. Angriff durch Lasersatelliten. Wie lange nur da oben angreift, geht's noch. Konstruktion abgeschlossen. Die Forschung dauert so endlos lange. Das nächste, was ihr noch baut, ist ne neue Waffen... Waffenfabrik. Angriff durch Lasersatelliten. Ja, die muss ungefähr hier hin. Und ich mein, wozu brauchen die den Abschusskohl? Warum gehen die nicht selbst rein? Wo kommen die denn jetzt her? Gebäude wird angegriffen. Warum kommen die nicht selbst rein und starten sie manuell? Geht das nett oder was? Gibt's ja nicht so'n großen Knopf, wo man einfach drauf drückt. Wo drunter steht, hier starten sie die Atombomben manuell. Bin mal gespannt, ob mein Forschungslabor noch mit der Forschung fertig wird. Gut, dass ich gewechselt habe. Wenn dann auch ein dritter Code kommt, kotze ich. Da muss ich noch erforschen. Irgendwo weit, weit weg. In weit, weit weg Land. Yay. Ich hab da unten noch zwei, vier, fünf, sechs Urquellengut. Ach, die sind alle sechs da unten. Die anderen hab ich alle gar nicht mehr. Gebäude wird angegriffen. Oh Gott. Ich glaub, ich muss da noch irgendwas in die Pampa stellen. Die Laser kommen nämlich scheiße nah langsam. Kann ich das überhaupt beeinflussen, wo die hinschießen, die Dinger? Konstruktion abgeschlossen. Ah, die können da noch bauen, gut. Ja. Ach komm, sterb und halt's Maul. Stirb und halt's Maul, ist ja nur einer. Komm, wer fertig ist. Die Gärtenforschung abgeschlossen. Oh, was zur Hölle. Ach so, das ist bloß. Finden und vernichten. Was? Finden und vernichten Lenkraketen? Die nehme ich. Klingt cool. Ich finde und vernichte sie. Ja. Ist das eine richtige Waffe oder nur Verbesserung für... Na gut, die wird eh nicht mehr fertig. Von daher... ...speichere den Fortschritt dann. Also auch missionsübergreifend. Rüstet mal auf. Was noch? Muss noch wegen Luftabwehr bauen danach, ne? Sicher ist sicher. Was man hat, das hat man. Boah. Oh. Konstruktion abgeschlossen. Ich glaube, wenn mir jemals wieder irgendjemand was von Laser-Satelliten erzählt, ne? Ach, der Mission. Ich glaube, ich hau da einfach nur so einer aufs Maul. Aber sowas von, ne? Boah. Das klappt ja gar nicht. Wie ich dem einer aufs Maul hauen werde. Konstruktion abgeschlossen. Langsam gehen wieder die Gebäude aus, die der Laser noch in die Luft sprengen kann. Oder rückt er so langsam vor, nur so. Bip, 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 bip. Und kann gar nicht anders alles. Und es hat völlig überhaupt keine Auswirkung. Ich würde dann auch erklären, warum... ... er aufgehört hat, meine LKWs in die Luft zu sprengen. So, in der nächsten Mission werde ich das ganze Gebiet wieder zurückerobern müssen. Ja, wahrscheinlich stehen wieder überall Feindbasen, wo meine Basen vorher waren. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ach, Feind schiebt er wieder. Boah, wenn der da unten auch noch reinschießt mit seinem Laser... Boah, ich... Angriff durch Laser-Satelliten. Ach. Ach, ja. Wo schießt er denn inzwischen überhaupt hin? Wo ist denn der Laser-Satellit? Wie spät haben wir es denn kurz nach... Kurz vor halb, 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 halb... ...reparieren wir euch noch ein bissl, ne? Bevor der Laser-Satellit kommt... ... und euch in Stücke schießt... ...halten meine Einheiten dem Ding überhaupt standen? Warum ist meine Framerage wieder so niedrig? Äh, Aufnahme Neustart bringt auch nichts und... ... das kann... Ah, jetzt ist er höher gegangen. Gut. Ach, nee, der beschäftigt sich echt noch wegen dem Gebäude. Na, dann ist gut. Ich glaube, die mag die vielen Einheiten einfach nicht, meine Framerate. Egal. So, was baue ich jetzt nächstes? Ich könnte mal ein paar... ... da ich nicht irgendeine Talhilfe, das da steht. Und was ich auf jeden Fall letztes Mal baue, ist das da. Nur wo? Hier hin, na, ist das Ding, na, da hin. Da ist gut. Das soll das auch nicht... Ach, ich bin immer wie, guck mal... Okay, jetzt ist es Schutt und Asche. Oh Gott. Dieser Scheiß-Satellit nähert sich meinen Raketensilos, das gefällt mir gar nicht. Oh Gott, das ist doch nicht feierlich. So, jetzt ist mal wieder ein Radar hier. Das geht mir auf den Sack, dass ich kein Radar habe. Boah. Ey, wenn danach noch eine Stufe kommt, ne. Danach kommt noch eine Stufe, das weiß ich jetzt schon. Oh Gott, ich kann jetzt schon wieder kotzen. Konstruktion. Boah, endlich habe ich wieder eine Karte, endlich. Da ist immer noch alles schwarz. Da könnte doch Herr Weiß was stehen. Ho, da steht die geheime Basis. Du hättest kaputt machen müssen, dann wäre jetzt alles nicht passiert. Ha, ha. Boah, wenn das wirklich so ist, kotze ich, glaube ich. Produktion abgeschlossen. Äh, wie viele habe ich Einheiten verloren? Eine. Gut. Bau einen neuen Tankkiller. Ihr baut, ihr baut. Luftabwehr. Noch mehr Luftabwehr. Ich könnte auch Raketen bauen, oder? Nein. Noch haben wir Energie nicht mehr ausgeben können. Und das Satellite scheint wirklich so langsam näher zu kommen, bloß so. Konstruktion abgeschlossen. Na gut, mit der Armee und der Verteidigung, die ich da unten schon wieder habe. Pff. Also außer einem Laser-Satelliten kann mir hier gar nichts gefährlich werden. Aber der auch, bloß weil ich nicht zurückschießen kann. Konstruktion abgeschlossen. Hat der ein Glück, dass er ihm alles. Wenn er auf Boden wäre, boah, ich würde das so überrollen. Gut, andererseits wäre er dann wahrscheinlich nicht mehr so gefährlich, oder? Konstruktion abgeschlossen. Ein fahrender Laser-Satellite. Produktion abgeschlossen. Oh Gott, und meine Einheiten sind alle so weit unten. Und ich habe unten gar keine Reparaturplattform. Durch Laser-Satelliten. Konstruktion abgeschlossen. Sag mir nicht da unten. Nee. Konstruktion abgeschlossen. Boah, die kommen gar nicht alle so weit. Ich hoffe, fahrt mal alle daher und schießt. Boah, vor der Mob. Boah. Ihr müsst danach noch ein paar Reparaturplattformen bauen, weil ich brauche da unten vielleicht noch welche. Also hier eine. Hier eine. Hier eine. Und ein bisschen weiter hinten noch welche. Boah. Und ich habe jetzt logisch schon 20.000 Energie verfeuert in der Mission. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. Es soll doch nicht so weiter oben ballen. Das Satellit kommt doch. Ein Satellit wird kommen. Sie alle zu knechten. Äh. Nein. Das ging anders. Das hatte was mit Ringen oder so zu tun. Konstruktion abgeschlossen. Äh. Jetzt finde ich mal wieder den richtigen Commander net. Aha. Bin ich gut? Ja, ich bin gut. Ich weiß. Konstruktion abgeschlossen. Was machst du denn da? Du bist echt. Äh. Äh. Angriff durch Lasersatelliten. Wo? Hallo? Wer ist denn da oben runter? Hallo? Konstruktion abgeschlossen. Jemand zu Hause? Äh. Nö. Ich glaub nicht. Das Licht brennt, aber keiner ist daheim. Äh. Wie immer halt. Ich spiel mir wieder das lustige Spiel. Finde den richtigen Commander. Und ich könnte wieder speichern. Äh. Moment. Ist das jetzt? Ich muss kurz mal schauen, welche Mission das jetzt ist.